Du warst ne ganze Weile im Bau. Mal sehen, ob du noch weißt, wie's geht. Kennst den Deal. Hier das Kleingedruckte. Erst holen wir uns Kober, dann Schiff. Jeder weitere Beifang ist ein Bonus. Ich helfe nicht dabei, alle Five Tents einzulochen. Ich interessieren korrupte Bullen und Mörder, sonst nichts. Apropos Mörder. Wir verpassen Schiff lebenslänglich. Killst du ihn, gehst du zurück in den Bau. Du bist geil auf Coburn, schon klar. Aber wofür brauchst du mich? Coburns Schwäche sind die Five Tents. Er hat das halbe FBI in der Tasche. Wer mich ihm mit regulären Ermittlungen, wüsste er es sofort. Aber wenn ich einen Insider aufs Schiff ansetze, schnappen wir uns beide. Du hast das Können und ein Motiv, das durchzuziehen. Ich hab's nicht zuziehen. Ich hab's nicht zuziehen. Und wohin geht's jetzt? Ich habe ein HQ eingerichtet. Wir brauchen einen sicheren Ort, von dem aus dich deine Crew unterstützen kann. Meine Crew? Deine Crew. Ein V-Mann ist nur so gut wie das Team, das hinter ihm steht. Deine Crew. Ein V-Mann ist nur so gut wie das Team, das hinter ihm steht. Deine Crew. Die Crew. Ein Shannon Notfall. Deine Crew. Untertitelung des ZDF, 2020